Moin, da sind wir wieder unterwegs, auf der Nordfriesischen Marsch, immer noch Version 1.3. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war die 1.4 noch nicht veröffentlicht. Ja, ich bin hier dabei, eine Mission auf Feld 7 anzunehmen, nein, habe ich schon angenommen, sondern zu erfüllen. Muss Zuckerrüben aussäen, dachte, das kann ich noch eben machen, bis wir Feld 16 abgeerntet haben. Und dann fangen wir an, unser Feld abzuernden und ein bisschen Geld zu verdienen, um uns dann neue Ländereien zu kaufen. Und ja, also, seid dabei, schaut rein. Fahren wir mal hier hin. So, also, Kursberechnung, Feld 7, 12 Meter, Startposition hier. Vorgewende, ja, will ich. Kann man mal 3 machen, will rechnen. Speichern. Schön. Kurs beginnen am ersten Wegpunkt. Ja, will ich wohl. Mal gucken, ob das ausreicht. Wie weit sind wir da? Okay, der wartet. Wie weit ist die Mission fortgeschritten? Ja, dass das Säen noch nicht weit ist, ist mir klar. 79 Prozent. Na, da könnte ich ja vielleicht sogar in dieser Aufnahmesession, sprich morgen. Wobei, ich weiß es nicht, glaube ich nicht, dass ich da morgen am Montag fertig bin. Mal schauen, mal abwarten. Ja, Infos zum Transportpack, also, sind die selben Infos, die ich euch gestern Morgen gegeben habe, nur falls ihr die Folge nicht gesehen habt. Ich habe alle drei Sattelschlepper im LS19 drin. Die funktionieren, so wie sie sollen. Also, da gibt es bestimmt noch irgendwo hier und da einen Bug oder irgendwas, was ich vorsehen habe. Aber die Beleuchtung funktioniert, das Fahren funktioniert, ich kann Geräte anhängen, also Anhänger anhängen und alles, das geht. Ich habe verschiedene Reifenkombinationen, fünf Stück, ich habe verschiedene Motorkombinationen, ja, drei Sattelschlepper, wie gesagt, insgesamt. Ich kann verschiedene Farben auswählen und so, alles gut, alles easy. Ich habe den ersten Pritschen-Lkw, habe ich auch drüben, schon im LS19, aber der ist noch nicht fertig. Er schmeißt zwar im Augenblick keine Fehler in der Lok, also er fährt, ich kann verschiedene Räder auswählen, oder verschiedene Reifen auswählen. Ich kann verschiedene Motoren auswählen, ich kann die Farbe auswählen, alles gut, Beleuchtung geht, Hupen geht, Anhängerkupplung habe ich noch nicht ausprobiert, wird wahrscheinlich auch gehen. Wo ich mich noch nicht mit beschäftigt habe, was ich aber noch nicht ausprobiert habe, sind die Spanngurte, die habe ich noch nicht. Und wo ich noch nicht weiß, wie ich das umsetze, weil ich mich da einfach noch nicht mit beschäftigt habe, noch nie, also auch im LS17 nicht, ist diese Rampe, die hinten auswirkt. Ich kann ja hinten eine Rampe ausfahren lassen, oder beziehungsweise zwei so Auffahrrampen, und dann kann ich da ja Fahrzeuge drauf fahren. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Also das ist nicht so, dass ich da jetzt ein Problem mit habe, ich habe einfach noch gar keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Das ist so das nächste, was anliegt. Und wenn ich das bei dem einen fertig habe, dann werde ich die nächsten beiden LKWs in Angriff nehmen. Und ja, Autoload-Skript, das URL-Skript vom Hot Online-Team ist ja, gibt es ja noch nicht für ein LS19, ich habe zumindest noch keins gesehen. Und ja, das ist also dann dementsprechend nicht drin. Und ja, die Trailer werde ich dann in Angriff nehmen. Wenn ich aber die pritschen LKWs habe, dann werden die Trailer um einiges einfacher sein, weil ich da eben keine Motoren habe. Ich habe viel weniger Beleuchtung dran. Und ich sage mal, das ist dann auch nur noch eine Frage der Zeit. Also ja, aber dieses Wochenende komme ich da eben nicht zu, irgendwas da dran zu machen. Höchstwahrscheinlich, also vielleicht Sonntagabend ein bisschen, aber kann ich noch nicht sagen, weiß ich noch nicht. Und daher müssen wir dann mal schauen, wann ich denn dazu komme. Also jetzt überhaupt erstmal den einen pritschen LKW komplett reinzuholen. Auch wenn ich das habe, dann werden die nächsten beiden reingeholt und dann kommen die Trailer dran. Ja, also ich kann euch nicht sagen, ob das vor Ostern, gehe ich mal von aus, wird das überhaupt nichts werden. Ich kann euch aber auch nicht sagen, ob das dann im April noch was wird oder im Mai oder im Juni oder wann auch immer. Wenn es bis Mitte Juni nichts wird, dann wird es erst im August was, weil ich dann fast den ganzen Juli Urlaub habe. Und ja, gucken wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, sagt ein Kollege von mir immer. Oder erst mal gucken, dann mal sehen. Ja, das soll ich auch überraschen. Ich kann, wie gesagt, ich kann da keine Angaben machen. Ich will auch keine Angaben machen, sonst heißt es nachher, ist das schon fertig. Du hast aber gesagt, dann und dann. Nein, ihr braucht doch nicht nachfragen. Ihr kriegt ständig Informationen darüber. Also ihr dürft natürlich nachfragen, aber jetzt bitte nicht irgendwie eine Flut an Kommentaren oder was weiß ich. Wo bleibt das? Wo bleibt das? Es kommt, wenn es fertig ist. Es bringt ja auch nichts, wenn ich euch da irgendeinen Scheiß irgendwie raushau, der irgendwie nicht ausgebrochen ist und der nicht funktioniert. Vielleicht haben wir auch Glück, dass bis dahin das URL-Skript vom Hot Online-Team da ist. Mal sehen. Warten wir es ab. Ja, gut. Ich schaue mal hier weiter, wie es hier weitergeht. Alles klar, der ist jetzt... Ja, der kann... Fahre hinter Drescher. Ja, das macht voll Sinn. Und ich hätte schon lange abfahren müssen. Das macht so gar keinen Sinn. Weil der ist gleich voll und du kannst hier nur irgendwie 3000, nicht mal dreieinhalbtausend Liter mitnehmen. Mann, Mann, Mann. Ach, das ist so schwer, gutes Personal zu finden. Aha. War nicht schlecht. Jetzt funktioniert mein Lenkrad nicht mehr. Ah ja, doch. Man muss nur richtig draufdrücken. Ja, ich habe mir ja gesagt, ich versuche immer dran zu denken, irgendwelche Thumbnails zu machen, irgendwelche Screenshots als Thumbnails. Ah, die Mission müsste aber ja recht schnell. Ja, ein Viertel haben wir schon. Das ist schon nicht so schlecht. Ich werde aber trotzdem zwischendurch nochmal auffüllen müssen. Ein bisschen schade ist, aber nützt ja nichts. Nützt ja nichts, ne? Steckst du nicht drin. Hier müssen wir gleich ein bisschen aufpassen. Er fährt ja immer gerne dann noch weiter durch die Frucht, wenn er eigentlich fertig ist. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Kriege ich die Bahn überhaupt noch zu Ende? Ja, die Bahn kriege ich noch zu Ende. Bis der andere dann wieder hier ist, der Abfahrer. Das dauert ja jetzt auch. Der fährt ja jetzt erst ganz hoch zur Reifeisen und kommt dann wieder. Das dauert ja jetzt so. Okay. so wo ist er denn? da ist er. er ist gerade vom feld runter. ja gut, ist auch klar. er muss erst ganz hierher fahren. der kurs ist natürlich auch dann vielleicht denkbar ungünstig. gucken wir ihm mal zu, was er macht. das wird er schon, er wird schon wissen, was er macht. er wird das schon wissen. ist immer noch nicht da, gibt es doch gar nicht. das bin ich froh, wenn ich gleich selber ernten kann und endlich Geld verdienen kann. und solange wir wieder auf 1.3 sind, hätte ich noch gleich mal schnell Hopfen ansehen, um noch mal ein bisschen Kohle zu verdienen. fehl hat ja den Hopfenpreis gesenkt, dafür wohl aber den Ertrag erhöht. ja mal schauen, wann ich update. in dieser Session natürlich nicht mehr. 82%, naja das geht ja noch. so er ist auch fleißig dabei. ich kann ja in der Zwischenzeit nochmal wegkaufen oder zwei. ich kann ja leider diese Sämaschine nicht bei mir am Hof auffüllen, das ist ja das Problem. irgendwie rafft er das nicht, vom Trigger her. und ja, die Condor muss ich mir erst noch kaufen, die kann natürlich alle Früchte. Entschuldigung. da ist er noch mal auf dem Weg zurück. wenn ich ihn jetzt wieder entlasse, dann kommt er gleich wieder nicht klar, wo er anfangen soll. dann lasse ich ihn lieber den langen Weg fahren. und dann funktioniert das auch. als dass er dann gleich auf dem Feld ist, den kurzen Weg. nicht, aber. da ist er noch mal. da ist er noch mal. da läuft doch, läuft doch, läuft doch. so, jetzt müsste er eigentlich anfangen, die erste Bahn zu fahren. was er auch macht. da ich irgendwann mal, vielleicht. also ich beobachte das jetzt einfach mal, weil ich ein bisschen gucken will, wie Cosplay läuft im Moment. deshalb, sonst würde ich auch selber fahren. aber. das ist doch auch ein nettes Bild. so. 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 so.